Wir sind hier auf der Brandmade in Offenbach 2023. Die Brandmade ist der B2B Networking Event für Licensing, Kooperationen und Partnerschaften. Und was hier möglich ist, wie sich Marken präsentieren und inszenieren können, zeigen euch gleich Christian und ich. Kommt mal mit! Du kannst deine Marke auch mit einfachen Mitteln in Szene setzen. Das muss ja nicht immer der riesige Standaufbau sein, aber so ein Bällebad, wenn es gut gemacht ist, ist trotzdem immer wieder ein Eyecatcher und wer springt da nicht gern mal rein? Und ich würde mir sagen, wir testen das mal, oder? Drei, zwei, eins! Servus, finde ich ziemlich cool hier Dungeon & Dragons. Absolut, im Rotlicht. Ich glaube, eine Bar kommt immer gut an. Mit dem legendären Drachendrunk, den lässt man uns das mal schmecken. Jawoll! Ah, wow! Eva, auf eine tolle Brandmade! Auf die Partner in Crime! Geil! Ja! Lecker! Schön, frisch! Sorry, aber wenn dir der Rauch in die Nase kommt. Kommt mal ums Eck, was da alles Cooles gibt. Auf der Brandmade dürfen sich die Gäste alles nehmen. Das ist ein All-Inclusive-Festival. Für Süßigkeiten sorgt dieses Jahr Hello Kitty. Also ganz dran vorbeigehen können wir nicht, ohne etwas Pinkfarbenes mitzunehmen. Wie sieht man am besten, was hinter einer Marke steckt? Man isst es. Hier, Gustavo Gusto, der Foodtruck. Fantastisch. Essen geht sowieso immer und wenn ich damit meine Marke noch transportieren kann, perfekt. Peppa Pig ist dieses Jahr übrigens mit gesundem Essen da. Auch das ist wichtig, weil wenn man Gastgeber ist, weißt du es selber? Klar, fühlst du dich auch besser auf der Veranstaltung. Okay, weiter geht's! Wir sind jetzt hier übrigens in der Star Trek Strange New World. Knarre laden. Wie hast du es gemacht? So. Los! Auf der Brandmade auch möglich ist zum Beispiel sowas. Von Warner zum neuen Film Flash. Cool. Sollen wir warten? Ihr seid! Kaum stehen wir hier, schon fängt es an zu blitzen. Auch so kann man Marken inszenieren auf der Brandmade, um coole Kooperationspartner zu finden. So, jetzt sind wir einmal über das ganze Brandmade-Areal gegangen. Ihr seht, auf der Brandmade ist viel möglich und noch viel, viel mehr. Du willst deine Marke, du willst dein Unternehmen präsentieren, inszenieren? Meld dich bei uns. Es ist viel möglich. Du willst networken mit Top-Entscheidern? Komm auf die Brandmade. 2024 sei am Start. 19. und 20. Juni. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf die Rad